Ganz knuffig geht es weiter, jetzt kommen kleine Eisbärchen, aber eigentlich sind es Malteserwelten, genau die Stofftiere sind es auch schon. Malteserwelten aus Neuberg, geboren am 7. Juni 2012, Papiere sind von Europäische Klinologische Union. Dusty und Destiny suchen noch ein schönes Zuhause, am besten eines mit einem schönen Garten und lieben Menschen, die viel Zeit haben. Die beiden sind 6 Wochen alt und in ca. 4 Wochen abgabebereit. Dusty ist ein lustiger Rüder, Destiny ist genau wie Dusty sehr verschmust und mag es kuscheln. Bei Abgabe sind die Welten mehrfach wund, geimpft und auch gechippt und besitzen natürliche Papiere. Die Internetseite lautet malteser-of-weit-star.de und die Anzeigennummer lautet 7694 7593.